So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Stappenbach. Am gestrigen Tag haben wir hier schon Paletten in die Lehrpalettenproduktion gefahren. Und heute sind wir auch schon wieder am Nachmittag unterwegs. Da haben wir jetzt mal hier die letzte Palette, die wir im Lager hatten, auch noch hinten rein. Dann müsste das, glaube ich, gerade ausgehen mit dem Platz hier hinten, dass die Produktion voll ist. Nicht schlecht. Das ist ein Hammer. Das ist mal ein Anblick. Haben wir mal alles komplett vollgestopft. Da sollte man eine ganze Zeit mit hinkommen. Jetzt werden wir noch die Balken rüberfahren. Da habe ich die Produktion aktuell auch außer Betrieb genommen. Und werden wir erstmal ein bisschen was auf Vorrat produzieren, bevor wir das Ganze wickeln lassen. Aber ich denke, das tut es schon so. Nein. Dann greifen wir das Ganze halt. Sollte auch funktionieren. Bisschen höher lupfen. Weil dann läuft jetzt bloß die Säge an sich. Und die Zweigstellen sind gerade außer Betrieb. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich gerne hier das Sägewerk erweitern möchte. Auch was die Lagerung vom Holz angeht. Gerade mit Rumlager und so weiter. Wollte ich ja schon immer hier in die Nähe setzen. Eventuell vielleicht sogar das Ganze mit einem Kran, das man hier schön abladen kann. Und dann vom LKW das Ganze dann direkt in die Säge befördern kann. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten handhaben. Und habe hier schon mal angefragt, ob man dieses Grundstück hier hinten erwerben könnte. Wäre möglich. Wäre auch von der Gemeinde genehmigt zum Bebauen und Erweitern des Sägewerks. Und dazu geheißen, wenn wir wollen, können wir das gerne uns zulegen. Müssen halt in den Bauplan einreichen, was wir hier machen wollen. Und dann können wir gerne die Firma beauftragen. Was ich jetzt vorhabe. Ich möchte hier hinten gerne eben das mit der Holzabladestelle hier hinten einrichten. Dass man nicht immer hier durch die Gebäude durchfahren muss. Sondern man kann hier hinten reinfahren, lädt hier ab und kann hier schön in den Bogen gemütlich mit dem LKW wieder rausfahren. Ein Lager für die Paletten auf jeden Fall möchte ich gerne installieren. Ich weiß noch nicht genau wo, ob man das hier vielleicht an die Gegenstelle hier hin macht. Müssen wir schauen, ob das hier dann nicht zu eng wird. Zum Durchfahren. Und eventuell weitere Produktionen mit in Betrieb nehmen. Wir können hier gerne mal reinschauen. Vielleicht habe ich sogar schon was im Katalog gefunden. Muss ich mal kurz gucken. Weil ich habe mir schon mal gedacht, dass wir eventuell in die Richtung Holzkohle gehen könnten. Beziehungsweise auch hier ein Holzkraftwerk installieren. Dass wir eben unsere Rindenburg und die Hackschnitzel verarbeiten können. Und damit ein bisschen Wärme erzeugen. Und Strom. Für die Gemeinde. Wäre bestimmt eine super Sache. Genau, hauptsächlich Strom produzieren. Aber wir können ja auch ein bisschen Wärme abzweigen für das Sägewerk an sich. Geben wir uns einiges sparen. Da können wir sogar erweitern, dass wir dann eventuell mal Pellets. Stroopellets mit verheizen kann. Und eben hier so ein Lager für die Leerpaletten noch mit installieren. Produktionsmäßig eben, wie gesagt, Holzkohle müssen wir mal schauen. Da hält man nämlich auch eine kleine im Katalog, wo ich schon mal gesehen habe. Aber wir müssen halt anfragen, was wir wirklich herkriegen. Eventuell gibt es dann auch noch vielleicht Fässer, was ich mir auch schon mal gedacht habe. Aber brauchen wir halt erst mal Abnehmer für das Ganze. Müssen wir mal schauen. Kostet alles ein bisschen Geld. Aber ich denke, es wird sich im Endeffekt schon lohnen. Mit dem Schreiner habe ich auch schon mal telefoniert. Der braucht ein paar Bretter von uns. Und da habe ich schon mal gefragt, ob er uns eventuell ein paar Bienenstöcke schreinern würde. Und ein paar Honigwaben machen. Ich habe gesagt, wäre kein Problem. Er hat allerdings momentan wenig Zeit. Ich habe gesagt, ist ja kein Thema. Die Bienen, das Ganze brauchen wir erst im Frühjahr. Aber schon wenn wir ihm Leerpaletten und Bretter hochbringen, kann er uns gerne so Bienenstöcke zusammenbauen. Da reichne ich auch schon ein bisschen im Hinterkopf, dass wir vielleicht unseren eigenen Honig noch nebenbei produzieren. Und mit dem Gärtner müssen wir noch telefonieren, weil ich hätte gerne auch ein bisschen Obstbäume bei uns am Hof. Wo wir vielleicht so eine Eigenvermarktung vertreiben können. So für euch mal als kleine Planung, was ich so in Zukunft vorhabe. Natürlich, die Felder stehen natürlich auch noch im Vordergrund, dass wir mal eigene Felder kaufen. Dass die Kühe werden jetzt dann als nächstes erstmal herangeschafft, dass wir hier auch vorwärtskommen. Dass wir auch Mist für die Bäume haben, Mist für die Felder zum Düngen. Dass es halt alles so nahtlose, nahtlosen Kreislauf ergibt. Nicht direkt in Bio-Wirtschaft, aber schon sowas ähnlichem. Aber was wir eigentlich schauen wollten, ist der Preis von dem Grundstück hinten dran. Hat er mir nämlich extra gegeben. Dass wir hier ca. 54.000, den uns das Ganze kosten. Und wie gesagt, ich würde es halt gerne in Teil aufteilen. So ungefähr so bis zur Bretterpalette, äh Leerpalettenproduktion. Dass wir unten das Sägewerk an sich erweitern. Und vielleicht hier oben schon mal auf einer Erhöhung uns ein paar Bäume entpflanzen werden. Dass wir unseren eigenen Holznachschub gesichert haben. Könnte man ja eventuell noch ausweiten, dass wir den Wald hier ums Sägewerk ein bisschen erweitern würden. Hier mit der 78. Dass man das vielleicht auch mal irgendwann mal halbiert. Aber jetzt geht es erstmal um dieses Grundstück. Könnten wir ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet, was ihr gerne machen würdet. Ist Heizkraftwerk oder doch eher Holzkohle und Fassproduktion. Mal schauen, würde mich interessieren, was ihr machen würdet. Die Bienen sind auf jeden Fall gesetzt. Die möchte ich gerne hier oben mit anbringen. Wie wir das Ganze mit den Obstbäumen machen, werde ich mit dem Gärtner noch besprechen. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, weil jetzt im Winter Bäume setzen und so weiter ist, glaube ich, nicht das Sinnvollste. So, die Produktion ist voll. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt gleich mal hier die Leerpaletten weg. Und dann laden wir das Ganze für einen Schreiner und bringen das zu ihm hoch. Da bringen wir ihm von jedem mal etwas hoch. Leerpaletten, ein paar Balken, würde ich sagen. Warte mal, ich habe doch hier schon wieder die Druckluftschläuche nicht angeschlossen. Zack, jetzt haben wir es dran. Dass der, wenn er Zeit hat, auch unsere Bienenstöcke bauen kann. Und natürlich die Waben. Was hier aktuell mit dem Verkehr los ist, weil hier so wenig Betrieb ist, muss ich auch mal schauen, ob hier die Straßen gerade aktuell gesperrt sind. Da ist schon komisch, dass wir hier sehr wenig Autoverkehr haben. Nachbarn sind auf jeden Fall auf der Straße unterwegs. Beziehungsweise auf den Fußwegen. So, jetzt fahren wir mal. Ja, das war jetzt wieder nicht so schlau, dass ich... Fahren wir vielleicht mal eher so hin. Dass man von beiden Seiten rankommt. An den Hänger. Denn... Die haben hier nämlich jetzt auch endlich mal einen Stapler. Aber die haben den Schlüssel nicht eingelassen, wie es ausschaut. Oder finde ich den Schlüssel noch? Hm. Mal schauen. Der wird doch bestimmt irgendwo sein. Ne, wohl doch nicht. Dann lassen wir das Ganze halt mal hier stehen. Lassen wir mal einen Zettel hier. Dass wir das Ganze abladen sollen. Und uns gut schreiben. Aber dann können wir ja nicht weitermachen. Machen wir jetzt ganz anders. Jetzt bin ich hier wieder in dem Trigger drin. Machen wir jetzt mal die Spannwurte los und holen unseren... Unser Traktor zum Abladen. Und fürs nächste Mal sollten sie uns auf jeden Fall mal einen Schlüssel da lassen. Weil sonst ist es ja nicht gerade... ...vorteilhaft, wenn hier... ...der Schlüssel nicht da ist. Dann laufen wir mal schnell vor. Und hängen die Gabel um. Aber sieht auch nicht so aus, als wäre der Stapler schon mal in Benutzung gewesen. Ich glaube, den hat man hier bloß abgestellt. Und hat dabei vergessen, den Schlüssel stecken zu lassen. Ist ja eigentlich auch bloß ein Notbehelf für das Unternehmen. Die fangen ja erst richtig wirklich an. Wenn das neue Logistikzentrum steht. Und da sind sie ja fleißig am Bauen. Wie ich gehört habe. Die Baufirma ist sehr eingespannt. Weil ich sie schon mal gefragt habe. Wegen Bauarbeiten bei uns. Sie sagt, ne, aktuell nicht. Sie sind voll ausgelastet. Sie sind mit dem Unternehmen da oben beschäftigt. Auf jeden Fall ein paar Monate. Da wird die nächste Zeit nichts mit Bauen sein. Zumindest keine großen Sachen, hat es geheißen. So, dann schließen wir hier mal schnell unsere Gabel mit an. Und dann fahren wir vor zum Abladen. Und danach müssen wir hier den Hänger noch befüllen. So, fahren wir mal ein bisschen schneller hin. Wir haben ein bisschen Zeitdruck heute. Wenn der Stapler schon nicht ging. Dann rangieren wir hier mal und laden mal ab. Okay, nachdem das... Mit wegnehmen sind sie auf jeden Fall schneller. Die Gabel war auf jeden Fall echt eine richtig gute Investition. Extra für die Paletten auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, der Bauhof ist auch richtig gut ausgestattet. Wenn die schon vier Bagger hier stehen haben. Muss das Geschäft wohl schon laufen. So, schauen wir mal, ob wir die hier auch noch reinkriegen. Schauen wir mal, dass wir die zu fassen kriegen da hinten. So, nehmen wir die hier auch gleich noch mit. Boah, ein bisschen auf den Hänger aufpassen. So, vorsichtig hinfahren. So, holen wir jetzt hier noch die letzte Ladeung. So, das ist nur das Problem. Jetzt müssen wir wieder mit beiden Maschinen vor. Das heißt, wir dürfen wieder zurücklaufen. Zum Beladen. Und zum Entladen. Und zum Entladen. Da wird es wohl gescheiter sein. Wir fahren dann mit dem MB-Truck hoch zum Schreiner. Oder wir lassen den Hänger bei ihm oben stehen. Gut, da kann ja bestimmt ein Angestellter das runterladen. Währenddessen wir das Ganze besprechen, wie die Bienenhäuser ausschauen sollen. Und ja, die Leerpaletten haben aktuell auch einen guten Verkaufspreis. Da läuft es. Aktuell muss ich sagen, läuft es wirklich gut. So, dann fahren wir jetzt erstmal hier das Ganze wieder zurück. Da wäre einer, der uns hilft, auch sehr angebracht aktuell. Da müsste man nicht alle Maschinen alleine umeinander fahren. Sondern könnten da zu zweit losfahren. Oder auch wenn es um die Feldarbeit geht. Da können wir parallel arbeiten. Einer im Sägewerk, einer auf den Feldern. Aber es hat sich bis jetzt noch keiner auf meine Annonce gemeldet. Mal schauen, was noch so kommt in den Tagen. Ist ja erst eine Woche her. Dauert ja meistens ein bisschen. Aber vielleicht kommt mal einer zum Probearbeiten. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht sogar ein Einheimischer aus dem Ort. Warte mal, was braucht man denn? Wir haben gesagt, wir nehmen Balken mit. Und Bretter. Und dann noch ein paar Leerpaletten. Dann fangen wir doch am besten hier hinten an. Erstmal hier die Balken aufladen. Ich glaube, da steht der Kärcher, oder? Nicht, dass wir den noch zusammenfahren. Wie ist das so? Da komme ich normalerweise raus. Dann klemmen wir mal hier alles ab. Und lassen den mal so stehen. Und laufen mal schnell nach vorne. Und holen unseren MB-Truck. Und dann können wir den Hänger beladen. Und beim nächsten Mal, oder beziehungsweise morgen mal zum Schreinerhof fahren. Nehmen wir auf jeden Fall den Schleichweg. Weil ich glaube, da sind wir schon ein bisschen überladen dann mit dem ganzen Zeug drauf. Nicht, dass man uns dann noch erwischt. Vor allem seitdem die Polizei hier auch wieder stationiert ist, müssen wir da ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sind mal gespannt, bis ich das erste Polizeiauto hier rumfahren sehe. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder die große Gabel dran machen. Sonst kriegen wir die Paletten nicht weg. So, die kleine Gabel brauchen wir aber wahrscheinlich nachher auch wieder. Deswegen lassen wir die gleich hier vorne stehen. So ein Schnellverschluss ist schon was schönes, muss man schon sagen. Ist hier auch alles sauber zusammen. Es ist dann doch einiges an Gewicht, was hier drauf kommt. Sieht gut aus. So. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Halt. So. Nehmen wir mal die Palette hier weg. Sollen wir dem gleich beide Paletten mitgeben? So. So. Dann wäre es weg. So. 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 . So. 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 das muss der 3-Achshänger eigentlich schon abkönnen. Aber ich muss sagen, der MB-Truck macht es sehr gut. So, fahren wir hier mal vorsichtig raus. Das sieht doch super aus. Jetzt hängen wir den aber trotzdem hier schnell fest. Das machen wir jetzt aber mal schnell so. Wenn ich schon wieder in dem Menü festhänge. Und dann laden wir hier noch Retterpaletten auf. Die haben wir ja gleich hier vorne. Stellen wir auch mal zwei mit drauf. Und dann, wenn wir noch Platz haben, packen wir noch die Leerpaletten mit drauf. Müssen wir aber wieder ein bisschen auseinanderfahren, das Ganze. Ja, doch, ein paar Leerpaletten kriegen wir da. Oh, 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 oh. Schon noch drauf. Schauen wir mal, ob ich die Palette hier auch noch gleich wegkriege oder ob ich mir selber in den Weg gefahren bin. Aber das schaut gut aus. Müssen wir auf jeden Fall vorsichtig machen, das Ganze. Nicht, dass wir hier irgendwas runterwerfen. Klappen wir da mal ein bisschen zu die Gabel. Und dann brauchen wir noch, dass wir noch ein, zwei Leerpaletten mit drauf kriegen. Jetzt schön, wenn die Paletten da jetzt echt mal mitspielen. Wart bei dem beladen hier. Müssen wir da jetzt ein bisschen rüberschieben, dass ich sie wieder packen kann. Wollen wir doch einfach mal so hoch kriegen. Sieht gut aus. Und dann noch eine Palette dahinter. Dann haben wir eigentlich alles, was der Schreiner benötigt. Natürlich mehr, weil das braucht wir ja nicht alles, um für uns die Bienenhäuser zu bauen. also manchmal ist das schon echt ein bisschen komisch. Ich glaube, das könnte sich auch beheben lassen, wenn die Paletten ein bisschen größer wären. Weil, dass die einfach nicht auf der Gabel bleiben. Und wenn ich die jetzt mit dem Autoload nehme, dann habe ich Probleme beim Abladen. Deswegen sollten wir die schon so draufkriegen jetzt. So, hoffe ich mal, dass wir die jetzt hier noch fein säuberlich draufkriegen ohne irgendwas runterzuwerfen. So, bitte bleib drauf. Ja, jetzt, wo ich sie nicht mehr packen will. Bitte reinfahren. So, ich denke, das sieht ganz gut aus. Können wir das Ganze mal so stehen lassen. Und verzorren das alles. Und dann wäre die Lieferung für den Schreiner fertig. Dann würde ich aber auch sagen, da haben wir jetzt immer am Ende der Folge. Und würde sagen, nächstes Mal fahren wir das Ganze dann zum Schreiner hoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen freuen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinungen, Verbesserungsvorschläge, Tipps und Tricks oder eure Bewerbung für einen eventuellen Besuch in dem Projekt gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.